Nö, ein Probi... Ein Probiere noch. Beige. Oh, komm grün. Grün. Rot. Und weiß. Nein, das war's. In Ordnung. Lassen wir das. Ja, ähm, Leute, schreibt mir bitte, wie ich hier weiterkomme. In dem ganzen Scheiß-Labyrinth. Ich hab keinen Plan. Außer, Moment, die einzige Idee, die ich jetzt noch habe, ist, über einen anderen Eingang, den ich vielleicht noch gar nicht gesehen habe, da reinzugehen. Moment, 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 Moment. Das ist der letzte positive Gedanke, den ich noch habe. Und danach muss ich aufgeben. Wow! Knapp an der Kacke vorbeigesegelt. Sehr schön. Ja, ich mein, wir haben sie zwar gerochen, aber sie hat uns nicht berührt. Schön. Das ist wie in Berlin über die Oderberger Straße gehen. Ah, die war früher bekannt dafür. Warum gehe ich hier den Weg? Weil ich wieder laber, laber, laber und dadurch alles vergesse, was ich eigentlich machen wollte. Schön, schön, nicht schön, schön. Hm. Nach unten. Nein, doch. Nein, das ist doof, was ich hier mache. Was mache ich? Ich bin total bescheuert gerade. Hä? Warum steht der da so dumm? Moment. Karte. Toll. Aber warum... Dieser Pott. Seht ihr den Pott dort? Ey, ich werde nochmal getroffen. Oh, Wahnsinn. Komm. Oh, ey. So. Jetzt habe ich eine Karte. Äh, Moment. Kann ich mit der Karte wenigstens irgendwas anfangen? Bitte. Was? 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 Was zum... Was? Äh, nein, ist schon richtig. Was? Okay. Ähm. Was? Ja, ja, ich weiß, es sieht doof aus, was ich mache, aber es hat alles, ja, seine Rechtigkeit. Ah, toll. Ja. Ja, gut. Ähm. Ich will irgendwie in die Mitte kommen, oder? Habe ich das hier schon überhaupt? Ja, habe ich. Gut. Ja, stimmt. Hier haben wir Twin Bakery erhalten. Stand hier irgendwas Lebensnotwendiges drauf? End Bankrot ends. Gut. Keine Ahnung. Was? Das ist so groß. Jetzt haben wir das hier. Da unten, das haben wir schon. Moment. Toll. Ne. Ich probiere es ja nur. Nichts. 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 Gut. Ey, jetzt bin ich versucht, wieder weiterzuspielen, wenn ich sowas da entdecke. Also dann, die Karte jetzt endlich mal ist ein bisschen sinnvoll. Dieses Ding sieht scheiße aus. Hier, über mir. Das war ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Ne. Hier ist neu. Gut. Frau, tot? Oh, bitte lass da irgendeine Weisheit stehen, die ich endlich... Endlich mal benutzen kann. Und auch wenn es nur eine kleine Weisheit ist. Aber ich will sie haben. Bitte, bitte, bitte. Sprich, ein Spruch. Geister, Elixier, Elixier. Ach ja. Toll, hier war ich doch schon mal. Was ist mit dem Pott dort los? Okay, vielleicht ist es ein Geheimnis? Ich glaub's ja nicht. Das war ein Geheimnis. Okay, wir gucken weiter. Wir gucken jetzt weiter. Jetzt, 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 jetzt ist mein Wille angetrieben, weiterzuschauen. Okay. Frau getötet? Egal. Haben wir jetzt hier irgendwas? Ne. Hier hat sich nichts verändert. Nein. Okay. Aber wir gucken einfach mal... Hier oben vielleicht. Nein. Alter, ich muss jetzt überall weiter gucken. Ging's hier irgendwo nach unten? Ne. Okay. Dann steck ich hier also gelinde gesagt nicht wirklich fest. Aber ich muss halt jetzt nach oben gehen. Gut. So. Haben wir jetzt in dem linken Raum irgendwas? Nein. Okay. Wahnsinn. Also, heute sag ich dieses Wort Wahnsinn sehr oft. Aber ich find dieses Zwillingslabyrinth hier halt auch wirklich wahnsinnig geil. Kann ich nicht anders beschreiben. Und jetzt wechseln sich gleich die Ebenen in der Mitte. Ja. Oh. Ah. Wie. Ah. Ihr Noten, Noten, ey. Wahnsinn. Zack. Oh. Gut, danke. Ich find ja gut, dass ihr beim Fliegen nicht hier singen könnt. Das ist völlig gut. Dass so Frauen sind halt doch nicht multitaskfähig. Können halt nur eine Sache. Ähm. Jetzt sind wir... Nein. Na. Hier. Gut. Gucken wir jetzt mal weiter. Dumm. Ach ja, ich hätt ja gleich hier so gehen können. Oh. Funk. Oh. 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 Okay. Gut. Jetzt aber. Oh. Oh. Also man kann Dummheit auch richtig zeigen. Aber so kann man sie natürlich auch zeigen. So. So. Das war die Frau mit dem langsamen Ball. Und der hat mich getroffen. Ich glaub's ja nicht. Boah, schäme ich mich gerade. Oh mein Gott. So. Hier rüber. Dann sind wir hier bei Neptune. Gibt's jetzt hier irgendwas? Ha. Das Ank ist... Guck mal, da ganz oben... Ach nee. Gut, das war gerade nur ein Grafikmatch von dem blauen Schwubbel erzeugt. Gut. Gehen wir jetzt also hier nach unten und... Sind jetzt hier. Gucken jetzt mal links. Ich durchforste jetzt jede... Boah, gut. Karte nochmal einzeln. Dann sind wir hier, 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 hier. Was? Das ist Ankjuwil. Okay. Na, immerhin. Aber mehr auch nicht. Ähm. Ja, einmal also nach oben gehen. Gut. Das war dumm. Das war... War das dumm. Oh, das war auch dumm. Hm. Oh, wie dumm, dumm, dumm. Die dumm, die dumm, dumm. Ich kann leider hier wenig echt noch dazu sagen, weil alles, was man zu diesem Spindex-Labyrinth hätte sagen können, habe ich bereits gesagt. Das ist geiles, habe ich gesagt. Und... Was? Wie komme ich denn in den Raum unter mir? Oh, irgendwann war ich mal da, aber ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wie. Oh, ey. Man muss dieses Spiel auswendig können, um hier irgendwie weiterzukommen. Das ist ja so geil. Oh, ist das geil. Das ist natürlich eine Idee der Entwickler. Oh. Könnte ich kotzen. Aber egal. Hat sich hier irgendwas getan? Nein, warum denn auch? Oh, ein Level Up. Nein, wie spannend. Moment. Nein. 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 Der unsichtbare Leiter. Bitte, 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 bitte. Nein. Nix. 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 Okay. Moment. Was stand hier nochmal? Ja, ich soll da drin schlafen. Toll, geht das dann auf oder wie? Ah, ich weiß es nicht. Ähm. Jetzt bin ich hier. Okay. Ja. Okay. Okay. Ich mag das irgendwie. Okay. So, also hier nach unten, dann... Aha! Ach, ne. Moment, doch, oder? Oder? Aha. Ist das jetzt ein großer Aha-Moment? Ich weiß nicht. Aha! Wir sind von hier, kommen wir jetzt hier hin. Mhm. Aha! Okay. Schön. Gut zu wissen, weil bringen tut es uns gerade herzlich wenig. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass diese Scheißsachen sich untereinander verbinden. Und, ah, ich lass mich von Flummis erwischen. Ah, ich lass mich nochmal von Flummis erwischen. Jetzt bin ich hier. Das ist... Ja, ne, 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 ne. So. Will ich halt auf die andere Seite. Gut. Oder wenn ich jetzt hier nach oben gehe, komme ich wohin? Ja, doch, hierhin. Gut. Weil jetzt sind die anscheinend auch richtig connected miteinander. Mhm. Okay. Musst du halt nur die Zwillingsstatue einmal korrekt ablegen und dann... So, jetzt sind wir hier und jetzt gehe ich wieder nach unten. Ficken. So. Oh, was ist los? Was willst du tun? Ja, wer kennt ihn noch? Den kleinen, ekligen, dummen Jungen. Ah, nein, er ist cool. Ich finde, was er gemacht hat, ziemlich episch. So, jetzt sind wir hier. Ach, du Scheiße. Hier waren wir doch auch schon dreimal. Ah. Hier gibt's auch... Ach. Ne. Ich blicke hier nicht durch. Ich muss irgendwas... Ach ja. Doch, normal. Hm. Ja. Gucken wir halt einfach mal nach links. Hm. Hier können wir runterfallen, die Spikes. Was ich aber nicht will gerade. Schwachsinn, 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 Schwachsinn. Oh, stirb bitte einfach. Gibt's hier irgendwas? Nein. Das habe ich schon gelesen, aber ich habe aufgrund des Terror-Kivis, habe ich es mal wieder vergessen. Geil. Ist in dieselben Form, ja. Schön. Ach, das ist vielleicht mit der Vase gemeint, die, als ich sie jetzt zerbrochen habe, wurde sie zu dem Kristall, zu dem Ankh. Ja. Glaube schon. So. Nein. Hier noch nach rechts gucken und hier geht's auch wieder bergab. Ja. Nur mit diesem Unterschied, dass ich da noch nicht rankomme. Fuddel, 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 fuddel. Fuddel, fuddel. Der Tanz ist lebensgeil. Ha. Ach, das können wir ja vergessen. Ja. Gut, Leute. Ähm, ich komme hier einfach nicht weiter. Ich bin zwar schön weit gekommen, aber habe jetzt nur einen Ring aufheben können und wieder eine Stunde verspielt. Das ist... So soll es eigentlich nicht sein. Ja, jetzt sind wir hier. Schwachsinn. Gut. Äh, schade. Ich verliere gerade die Freude am Zwillingslabyrinth. Bitte helft mir, indem ihr mir sagt, wie es weitergeht. Funk Royale over and out. Naah. Schade.